Was ist das Buch der 70 mal Freude? Ich habe mir gedacht, ich will mal mich dran versuchen Klappkarten zu machen und habe also ein Set mit 5 Klappkarten DIN A5 Größe gemacht, das wird auch hier eingeblendet und dazu sehr schöne Kuverts und ja das war mal ein Versuch das hinzukriegen und ich bin ganz froh wie gut das geklappt hat und biete also dieses Set mit 5 Freude Karten auf. Auch auf meinem Shop an, gibt es nicht im Handel, sondern das ist auch ein Teil meines Selbstverlages und schaut euch das mal an, diese Karten sind nicht ganz billig, aber sie sind auch keine Massenware, sie sind einfach was ganz Besonderes und ich denke da steckt ganz viel Freude drin und das ist für uns gut. Ja schaut auf meine Webseite, da gibt es mehr Informationen dazu und ja ich übe mich also hier weitere Sachen herauszugeben und rauszufinden wie das funktioniert. Die Karten sind wunderschön geworden, schaut euch das an. Eingang